hallo heute geht es um das extreme power und zwar das ist das neue mega haftgel was es bei blossom nail couture im shop gibt ja da werde ich euch gleich zeigen wie es funktioniert vorher will ich aber ein bisschen was erklären so was mache ich nun wenn ich so einen kunden habe wo wirklich so gar nichts hält es gibt nach wie vor natürlich diese circa ja zwei prozent würde ich fast sagen oder drei oder fünf keine ahnung der bevölkerung wo wirklich so gar nichts hält das sind sehr sehr wenige aber es gibt sie wo der naturnagel wirklich jede modellage abschlüsst egal ob acryl gel was auch immer es wird abgestoßen ihr kennt das ihr modelliert der kunde nach bestem wissen und gewissen die nägel es dauert unterschiedlich lang bei manchen nur ein paar tage bei anderen eine woche und auf einmal kann sie komplett den nagel abheben und da drunter die nagelplatte sieht aus als hättet ihr sie nie vorbereitet das treibt so manche nageldesignerin fort zur verzweiflung vor allem die die gar nicht wissen dass es sowas gibt die denken sie haben was falsch gemacht nein haben sie nicht es gibt tatsächlich solche leute aber es gibt auch welche wo es eben nicht so ist dass so gar nichts geht so dafür ist dieses haft gel konzipiert das ist ganz ganz merkwürdig ihr werdet es gleich sehen es ist so flüssig da denken viele dann wahrscheinlich ist das ein primer oder ist das nur ein bonding nein es ist wirklich ein richtiges haft gel es muss also nicht gehärtet werden ganz ganz wichtig so wir haben das an ganz ganz ja wir können ja keine offiziellen studien in auftrag geben deswegen haben wir natürlich selber unsere privatstudien gemacht und haben uns leute rausgesucht die wirklich schlimm von ihrem ja wie soll man sagen von ihren ausgangspunkten sind zum beispiel leute mit starken schilddrüsen problem leute die hormonen wechsel haben in den wechseljahren sind schwangere dann haben wir ausprobiert bei hormon umstellung also wenn man künstliche hormone nehmen muss aus welchem grund auch immer das ist ja tut ja jetzt hier nichts zur sache wenn man ja wechseljahre hatte ich schon also alles so diese wo es wo so wirklich oft gar nichts mehr hält und man echt schier verzweifelt und sagt du müssen warten bis es vorbei ist oder geht leider nicht bei denen hat es also ich würde jetzt sagen na ja prozentual kann man das immer nicht messen dazu muss man glaube ich so und so viele studienteilnehmer haben wir hatten viele weil wir es beide getestet haben und es war ganz einfach so ja bei zwei drei leuten hat nicht gehalten aber dann ist es auch nicht ganz abgegangen sondern es war schon ein fortschritt es waren nur liftings aber wie gesagt also wir haben da wahnsinnige sachen mit erzielt also ergebnisse wo wir gesagt haben das muss jetzt wirklich auf markt und da kommt es jetzt auch so zack da ist es ja und jetzt geht es dazu was mache ich wenn ich so eine kundin habe es gibt ja unterschiedliche möglichkeiten es gibt kunden wo es einfach nicht hält wo der naturnagel aber wirklich ganz normal erscheint da würde ich es so machen dass ihr den naturnagel vorbereitet habt ihn quasi in dem moment befeilt habt angeraut habt und dann das haftgel einmassiert es gibt aber auch noch eine zweite möglichkeit kunden die extrem stark rückfettende nägel haben so rückfettende nägel überhaupt nicht gut überhaupt nicht gut da könnt ihr zur not auch unseren primer das ist dieser primer extra stark ich werde euch unten noch einblenden wir bei alte friede heißt den könnt ihr darunter nehmen und quasi noch mal das ganze verstärken ich werde euch heute mal dieses beispiel dann zeigen denn das andere ist genauso nur ihr lasst den primer weg so bei leuten die wirklich ganz 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 terror mäßig von den nägeln drauf sind da aber auch nur da bitte nehmt ihr diesen primer tragt ihn dünn seht ihr hier gerade sehr dünn auf so und lasst das gut einwirken bei leuten die sehr wässrige nägel haben zum beispiel nagelbeißer oder sowas wenn ihr das daneben wollt ist zwar nicht notwendig aber wenn ihr es daneben wollt dann tagt vorher auf jeden fall auch noch mal die hydrator auf damit ihr das wasser raus zieht ne vom kauen werden die ganz weich und feucht muss man einfach so sagen und auch da würde ich das dann bevorzugen aber wie gesagt so der ist jetzt schön zum glück trocknet der sehr schnell aber denkt daran immer schön abstreifen und nur ganz ganz wenig drauf was macht dieser primer der spaltet jetzt den oberen teil der nagelhaut vor also beziehungsweise auf und dann bereitet er das perfekt vor das heißt dieses folgende haft geht in dem fall das extreme power kann perfekt sich mit der platte verbinden es wird also in die aufgerauten das könnt ihr optisch nicht sehen das sieht man nur unter mikrosfon mikroskop da kann man das nur sehen es wird dann quasi direkt unten auf also quasi verbindet sich dann mit der nagelplatte denn diese aufgeraute sagt schon nageloberfläche lässt halt das haftgel perfekt rein so ihr öffnet das dann ich habe das extra zugelassen ihr könnt das jetzt hier sehen das hat eine schutz eine schutz war den schutzverschluss habe ich es wieder zugemacht wartet manchmal eben auf und wenn ihr es geöffnet habt seht ihr schon dass da ein pinsel mit beigefügt ist ihr seht ja auch schon dass da nichts ne seht ihr das das sieht aus als wenn ein primer dran wären also definitiv nicht so wie man es beim haftgel erwartet das ist auch richtig so und dann jetzt kommt das massiert ihr dieses bisschen was jetzt hier an der spitze ist schön abgestriffen nur dies bisschen das ist der absolute hammer ein und deswegen kommt ihr mit diesen fünf gramm auch ewig lang hin leute ewig lang man braucht davon fast gar nichts so lasst es nicht zu lange offen stehen ganz ganz wichtig denn es ist lichtempfindlich das ist bei so einer komponente der fall deswegen ist es in der braungas fasche da passiert nichts das könnt ihr auch offen so stehen also so nicht offen draußen stehen lassen aber ihr müsst es halt relativ schnell wieder verschließen oder nicht direkt unter die lampen stellen damit euch nichts verhärtet und jetzt gehe ich in die lampe so nach 30 sekunden in der kombi led also in diesen power lampen ist es ausgehärtet was ganz 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 wichtig ist wenn ihr mit gel weiter arbeitet könnt ihr direkt quasi jetzt auf diese flüssige schwitzschicht auch die ist flüssig arbeiten und wenn ihr aber zum beispiel mit acryl arbeitet auch da könnt ihr es drunter verwenden aber dann das zeige ich euch eben nehmt ihr euch ein zelettchen und nehmt die schwitzschicht bitte ab das könnt ihr schön sehen dann sieht das so aus und dann könnt ihr weiter machen so und ab da macht alles alleine das das folgende material deswegen nehmt ihr bitte auch keinen normalen bunder oder bonding oder wie auch immer ihr es nennen wollt runter die diese doppelseitige klebeband funktion haben die bitte auf keinen fall da drunter nehmen weil dann kann es sich nicht mehr komplett in den nagel einsetzen und das ist ja genau das was wichtig ist ihr könnt auch wenn ihr wollt noch mal eine zweite schicht machen denn die erste hat sich jetzt komplett mit dem nagel verbunden aber wenn ihr sagt mensch ich hätte gern noch eine zweite schicht dann könnt ihr da noch jetzt ruhig streichen da braucht ihr nichts mehr massieren eine zweite schicht drüber setzen und diese aushärten dann habt ihr sogar oben drauf noch mal eine schicht die noch mal zusätzlich die verbindung stärkt muss aber nicht sein aber wie gesagt könnt ihr machen also das sind alles so kleine tipps ja und danach mit eurem modellage material weiterarbeiten was immer ihr nehmt weil das ist nicht markenabhängig und ja ich hoffe wir konnten euch helfen und dann viel spaß beim ausprobieren anschauen dann dann ich Vielen Dank.